Ich hab geladen. So. Gut. Ein Mistvieh weniger. Hey, du. Ärger? Verdammt, ich weiß gar nicht, wo die sich alle ver------ Moment mal. Ja, ja, Kawa. Dein Name ist Kawa. Ja, ja, ja. Jetzt machen wir mal zurück ins Minental. Zurück ins Minental? Wirklich? Hm. Ich wünschte, ich könnte dir folgen. Aber ich habe erst meine Aufgaben zu erledigen. Wenn du im Minental bist, schau doch bitte mal, ob meine alte Hütte immer noch steht. Ich würde gern eines Tages dahin zurückkehren. Interessante Rüstung, die du da trägst. Interessante Rüstung, die du da trägst. Gehörst du nicht mehr zu den Schatten? Schatten? In dem Moment, ich arbeite jetzt... Was machst du hier? Ich sitze hier fest. Erzähl mir mehr über den Ring des Wassers. Mehr ist es eigentlich nicht. Alles, was ich tun kann, am besten du redest mit ihm. Vielleicht nimmt er dich aber ganz auf. Waren du und deine Leute damals nicht mit den... Die Hirn verbrannten's. Jetzt. Da die Sträflinge... Die meisten von uns eben... Die Wassermagier konnten erwir... Was machen die Wassermagier? Sie sind an einer großen... Ein unbekönnter Teil? Mehr darf ich dir nicht sagen. Was war mit den... Hast du die letzten Wochen... Äh... Ich rede von... Äh... Keine Ahnung. Du wurdest von... Ja. Es waren verflucht wichtig... Aber... Ohne Rückendeckung... Geh ich da nicht mehr hin. Kann ich dir bei der Sache mit dem... Vielleicht... Nun... Also pass auf... Die Kerle dort... Sag Bescheid, wenn du... Ich brauche bessere... Sehr viel haben... Ich kann dir... Messer ist gut... Aber wie steht's... Ich hätte hier... Klar. Also hier wäre das ungefähr das gleiche. Aber haben wir noch eine dritte Möglichkeit. Wahrscheinlich ist das... Geht das auch wieder aufs... Gleiche hinaus. Aber wir wollen einfach mal gucken. Ich will ja möglichst viel von diesem Spiel mitnehmen. Und das heißt dann, dass es vielleicht auch halt mal ein bisschen länger dauern kann. Ne? Das ist nun mal so. So. So, du machst das da schon. Und das... Du kriegst das schon hin. Ein Mistvieh weniger. Hey, du! So. Ärger? Verdammt, ich weiß gar nicht, wo die... Moment mal. Ja. Kennen wir ja schon. Wo willst du... Jetzt, ich habe kein bestimmtes Ziel. Ich habe kein bestimmtes Ziel. Du willst es mir nicht sagen, was? Auch gut. Interessante Rüstung, die du da trägst. Schatten. In dem Moment, ich arbe... So, alles läuft alles auf das gleiche hinaus. Was machst du hier? Ich sitze hier fest. Also läuft alles im Prinzip auf das gleiche hinaus. Wir werden jetzt einfach mal das erste... Wir laden jetzt wieder und dann werden wir einfach mal das erste Mal sagen, dass wir in die Stadt wollen. Was wir ja auch vorhaben. Wir wollen ja in die Stadt. So. So. Ein Mistvieh weniger. Hey. So. Ärger? Verdammt, ich war... Moment mal. Dein Name ist... Äh, wo? In die Stadt. Guck, du kannst das prob... Hier ist RG-Viel. Interessant, Schatten, die ich... Was machst du? Nichts. Erzähl mir mit mir alles... Ja, 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 ja... Kennen wir ja schon. Ja, jetzt mach ich mal die Wasserhöhre. Was ist denn siehst du ein U-Meer? Äh, ich... Kein... Blablabla... Ich kann vielleicht... Nun, also, ich kann... Blablabla... 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 So, lassen wir das jetzt erst mal und dann gucken wir uns mal die Goblins an, die hier noch liegen. Beziehungsweise, irgendwie ist mir das hier gerade ein bisschen... Warte mal. Irgendwann ist mir das hier gerade ein bisschen zu neblich. War das hier? Nee. Waren wir das hier? Auch nicht. Waren wir das... Waren wir das hier? So, einmal... Die Helligkeit ein bisschen runter und den Kontrast auch ein bisschen runter. Solange das jetzt nicht zu hell ist, ist das ja in Ordnung. Okay. So. Jetzt ist natürlich alles ein bisschen etwas dunkler hier. Aber ich hoffe mal, man erkennt noch alles. Sonst muss ich... Sonst... Sonst mache ich einmal nochmal ein Hör. Das war nicht das... Audio wollte ich gar nicht. Ich wollte Video haben. Ich mache mal... Die Helligkeit mal ein Hör. Und dann müsste es das ja gewesen sein. So. So, gut. Dann... Gucken wir uns mal die Goblins hier mal an. Einer nach dem anderen. Fisch. Ja gut, warum nicht? Wahrscheinlich haben die alle nur so... Nichts zu plündern. Der hat auch nicht wirklich was dabei. Boah, sind die alle arm hier. Gut, was haben wir hier noch so... Wir müssten ja überall nachsehen. Ein Heilkraut. Heilkraut ist immer gut. Ein Dunkelpilz. Ein Blauflieder. Hier noch was. Auch nochmal Blauflieder. Ne, wenn wir darunter fallen, dann... War es das mit uns. Einmal Blauflieder. Dann nochmal Blauflieder. Und... Nochmal Blauflieder. Und da auch nochmal. Und dann... Würde ich mal sagen, gehen wir gleich mal los mit ihm. Vorher... Ziehen wir uns rein, wie sich der Käse reinzieht. Bestimmt auch sehr interessant. Nein, vorher... Einmal... Speichern. Und dann würde ich sagen... Lass uns die Kerle aufmischen. Lass uns die Kerle aufmischen. Alles klar. Halte mir einfach den Rücken frei, okay? Jetzt werden die ihr blaues Wunder erleben. Halt! Vorher... Ach du Scheiße. Das hast du verdient, Mistkerl! Du arme Wurst! Hast dir nicht mal Gold dabei! Die Waffe nehme ich mal besser an mich! Bandit! Weißer Kuch... Weißer Rum! Mana Bonus! Nehmen wir mal... Bier... Können wir auch gut gebrauchen... Ein Versteckbrief! Ein Bild von mir! Schön! Goldbrocken! Warum nicht? Das lassen wir mal. Und dann geht's weiter. Wir sitzen hier drin aus. Okay, wir sitzen hier drin aus. Das hast du verdient, Mistkerl! Du arme Wurst! Hast dir nicht mal Gold dabei! Ich hatte dann der weißer Rum, noch ein Bierfisch, eine versiegelte Botschaft, Truhenschlüssel, zwei Goldbrocken, ein Dolch haben wir noch. Aber wenn wir hier drin haben... Das ist ein Ständ stakeholder. Das zeigt, das ist ein Drittkor. Oder wir...